Hi, mein Name ist Niklas Huschenbeet, ich spiele für den FC Bayern München und ich zeige jetzt meine Partie aus der neunten Runde, wo wir gegen Werder Bremen gespielt haben und ich spielte gegen den Großmeister Alexander Arischenko mit einer Elozahl von 2,96. Ich spiele mit den schwarzen Steinen und wir legen jetzt los. Mein Gegner eröffnete mit E4, wie er es in der Regel tut und ich spielte C5, die Neidorf-Variante hier. D6, D4 schlägt, Springer schlägt, Springer F6, Springer C3 sind wir in der Neidorf-Variante angelangt. Das Witzige ist, mein Gegner spielt diese Eröffnung auch selber mit schwarz und er wählt hier den Zug H3, was ein beliebter Zug ist, weiß bereitet G4 vor und ich spielte E5. Und hier ist der alte Hauptzug, sage ich mal Springer D2, aber mein Gegner spielt den modernen Ansatz mit Springer B3. Läufer E7, Läufer E3 und weiß hat hier häufig die Idee mit Dame F3 und lang zu rochieren und G4, G5 einen Angriff zu starten. Und hier ist H6 ein Zug, den ich mir angeschaut hatte, der prophylaktisch dem schon mal ein bisschen entgegenwirkt und noch sehr flexibel bleibt mit dem Läufer. Wenn der zwei jetzt zum Beispiel Dame F3 spielen könnte, dann könnte schwarz ganz gut noch B5, Läufer B7 machen. Und deshalb ist das ein schlauer Abwartezug. Mein Gegner überlegte jetzt ein bisschen später den Zug G3, der glaube ich sehr selten ist, falls er überhaupt schon gespielt wurde. Also wir sind hier auf recht unerforschen Terrain. Und ich entwickelte mich jetzt auf normale Art und Weise weiter. Läufer E6, Läufer G2, Springer BD7. Man sieht schon, dass das Weiß jetzt eher einen positionellen Ansatz fehlt hier. Also nichts mehr mit Angriff und irgendwie Bauern nach vorne schieben, sondern Kontrolle, Läufer G2, das Feld D5 ist unter Kontrolle genommen und schwarz soll daran gehindert werden, D5 zu spielen. Ich spiele jetzt Turm C8, die Standardzüge hier. Turm kommt auf die halb offene Linie. A4, auch das ist Standard von Weiß, um ein bisschen Raum abzugreifen. Und jetzt spiele ich den Zug Springer B6, um mit dem Springer nach C4 zu kommen. Im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, es wäre besser gewesen zu rochieren und einfach dann da mit C7 zu spielen und so weiter und so fort. Weil in der Partie war es nicht besonders überzeugend, was jetzt passiert ist. Springer B6, mein Gegner spielt Springer D2, um Springer C4 zu entkräften beziehungsweise den Springer abzutauschen. Und ich rochierte A5. Und hier habe ich jetzt lange überlegt und bin letztendlich mit dem Springer zurückgegangen. Es wäre wohl möglich gewesen, ich habe bisher nur kurz drauf geschaut, auf die Partie Springer C4 zu spielen. Aber in der Partie hat es mir nicht besonders gut gefallen, weil hier Weiß Dame D3 spielt und ich hatte das Gefühl, es ist alles so ein bisschen wackelig. Weiß hat häufig Ideen mit Springer D5. Und irgendwie hat es mir nicht zugesagt. Ich hatte das Gefühl, es ist ein sehr leichtes Spiel hier für Weiß. Und deshalb habe ich wohl oder übel den Springer zurückgezogen von B6 nach D7. Aber man muss natürlich jetzt klar sagen, wir hätten davor diese Stellung haben können, wenn ich nicht dieses Manöver mit Springer B6, Springer D7 gemacht hätte. Und hier wäre ich am Zug und jetzt haben wir diese Stellung Weiß am Zug. Und Weiß hat andere Möglichkeiten, als den Springer hier wieder zurückzuziehen nach B3. Insofern war das nicht optimal. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, würde ich mal behaupten. Mein Gegner spielt als F4. Das ist vielleicht nicht der beste Zug. Vielleicht sollte Weiß Dame E2, Springer Turm E1 irgendwie ruhig fortsetzen. Ich finde Dame E2 eigentlich sehr logisch. Mit der Idee dann Turm D1 und irgendwie den Springer. Der Springer ist so ein bisschen das Sorgenkind für Weiß. Die Frage, manchmal kann er vielleicht über F1 später nach E3 und D5. Aber dieses Problem muss Weiß ein wenig lösen. Auf der anderen Seite ist es auch für Schwarz nicht so leicht, irgendwie Fortschritt zu machen, weil der typische Hebel oder der Durchstoß, Fortschritt D5 ist nicht leicht umzusetzen. Schauen wir die Partie an. F4. Eine sehr konkrete Idee. Mehr oder weniger F5. Ist mein Läufer fast gefangen. Und hier spielt die Springer C5. Sah recht logisch aus während der Partie. Ich habe kurz gesehen, der Computer möchte B5 spielen. Den Zug hatte ich nicht auf der Rechnung. Aber ist auch eine typische Idee. Vor allem, wenn Weiß hier die Störung öffnet und sich ein wenig schwächt, dass man dann noch manchmal einen Bauern eropfert, um die Figuren ins Spiel zu bekommen. Mit dem Bauern auf A6 meine ich jetzt hier diesen Bauern auf A6, den Weiß jetzt schlagen könnte. Aber Schwarz kann schnell dann die Figuren nach vorne bringen. Insofern, das wäre vermutlich besser gewesen. Springer C5. Und jetzt überrascht mich mein Gegner. Auch er dachte nicht lange nach und spielte König H1. Und der Zug ist recht langsam und auch nicht besonders gut. Weiß sollte wohl F5 spielen. F5 hier ein bisschen Raum gewinnen. Und jetzt sogar den Springer nach vorne bringen mit Springer D5. Und Weiß hat hier enorm viel Raum. Und es ist nicht leicht, mich zu befreien. Auch solche Ideen wie B4 sind in der Luft. Der Springer hat keine Felder. Ich dachte, diese Stellung wäre in Ordnung, wenn ich jetzt hier Läufer G5 mache. Aber der enorm große weiße Raumvorteil gibt hier Weiß schon einen recht klaren Vorteil. Kommen wir zurück zur Partie. Dort folgte, wie gesagt, König H1. Und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, hier den Gegenstoß im Zentrum zu spielen. D5, das ist der Zug, den Schwarz spielen möchte. Und ich musste natürlich prüfen, ob das taktisch möglich ist. Es wird jetzt sehr konkret. Mein Gegner schlug auf C5. Ich denke, das war seine Idee mit König H1, dass er hier aus dem möglichen Schachgebot rausgeht, wenn der Läufer widerschlägt. Aber es funktioniert trotzdem alles nicht so gut für Weiß. Wenn mein Gegner auf E5 geschlagen hätte, dann habe ich hier zwei Optionen. Ich könnte den Bauern auf E4 schlagen. Aber meine Absicht war eigentlich, D4 zu spielen. Hier mit dieser Gabel werde ich dann die Figur zurückgewinnen. Und die Struktur ist ein wenig geschwächt von Weiß am Königsflöde. Der König ist natürlich ein bisschen offen. Und ich war hier ganz guter Dinge. Und der Computer besteht, das ist vielleicht noch ein bisschen besser für Weiß. Und Weiß jetzt wirklich sehr präzise weiterspielt. Aber ich denke, Schwarz ist voll und ganz in der Partie. So, zurück zu der Stellung. Läufer schlägt C5. Das war die Partie. Und meine ursprüngliche Absicht war tatsächlich, mit dem Turm zu schlagen auf C5. Mit dem Turm zu schlagen, um in ein paar Varianten hier auf der fünften Reihe Bauern schlagen zu können. Beispielsweise, falls Weiß auf E5 schlägt, kann ich auf E4 schlagen. Und falls Weiß jetzt wieder schlägt, dann sehen wir, öffnet sich hier die fünfte Reihe und der Turm greift diesen Bauern an. Das sah für mich sehr logisch aus. Und dieser Zug ist vermutlich auch vollkommen in Ordnung. Turm schlägt C5. Ich hatte hier ein bisschen erwartet, dass mein Gegner die Qualität gewinnt mit Springer B3. Wenn jetzt der Turm zählt, würde er Bauern auf D5 hängen. Aber ich kann die Qualität opfern und hatte das ein wenig berechnet. Und es sah in meinen Augen auch in Ordnung aus. Und der Computer bestätigt das. Also auch das wäre möglich gewesen. Schwarz hat hier genügend Kompensation für die Qualität. Aber als dann mein Gegner auf C5 geschlagen hat, habe ich überlegt, Moment mal, was ist eigentlich, wenn ich mit dem Läufer schlage? Zuerst hatte ich das verworfen. Das ist jetzt die Partie, weil Weiß schlägt auf E5. Und wenn ich jetzt auf E4 schlage, auch das ist sogar möglich, wie mir der Computer mitgeteilt hat, dachte ich würde Weiß besser stehen. Aber das war meine Idee. D4. Hier ziehe ich vorbei und möchte jetzt auf den schwarzen Feldern spielen. Wenn Weiß nun den Springer auf F6 schlägt, schlage ich den Springer auf C3. Und Weiß hat hier, sagen wir Weiß schlägt auf G7 und schlägt auf C3, Weiß hat hier sogar zwei Bauern mehr. Aber die ganze weiße Stellung, die Struktur ist fürchterlich. Ich habe zwei starke Läufer. Die weißen Leichtfiguren sind nicht gut. Vor allem dieser Läufer ist natürlich sehr stark, er hat keinen Gegenspieler. Und ich hatte jetzt sowas gerechnet wie Läufer E3, greift den Springer an, greift den Bauern an. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt in dieser Stellung. Und vermutlich hat es Aroschenko ähnlich gesehen, denn er hat sich nicht für diese Variante entschieden. So, und damit gehen wir zurück zur Partie. Dort folgte nämlich etwas anderes nach D4, nach diesem Zug, D4. Mein Gegner spielte Springer A4. Und jetzt ziehe ich Springer D7. Weiß hat aktuell einen Bauern mehr, aber diesen Bauern wird er auf kurz oder lang nicht halten können. Und dann ist diese Struktur am Königshügel schlecht für Weiß. Es folgt der Springer schlägt C5, Turm schlägt C5, Springer F3. Und jetzt habe ich auf A5 geschlagen, erstmal diesen Bauern. Dame schlägt D4. Jetzt habe ich die Türme getauscht. Und wir sind in dieser Stellung gelandet, wo Weiß nach wie vor ein Bauern mehr hat, aber wie gesagt, kein Bauer, auf den Weiß stolz ist. Und dieser Zug hat mir jetzt sehr gut gefallen. Dame C8 ist ein sehr gewiefter Zug. Schwarz greift den Bauern an auf C2 mit der Dame. Und der offensichtliche Zug ist der Zug, den mein Gegner gespielt hat, aber kein guter Zug. C3. Weiß heute vermutlich ein Zug spielen wie Dame D2 irgendwie den Bauern auf diese Art und Weise decken. Aber dann könnte ich fortsetzen mit Dame C7 oder vielleicht Dame C5. Und hier auf den Bauern gehen. Und sobald Schwarz diesen Bauern zurückgewinnt, hat Schwarz einfach die beste Struktur. Dieser Läufer ist immer fürchterlich von dem eigenen Bauern blockiert. Der König ist schwach, sieht sehr angenehm aus für Schwarz. Mein Gegner spielte C3. Und jetzt sehen wir meine Idee. Jetzt spiele ich Springer C5, drohe ich hier die Gabel, Springer B3, gegen Turm und Dame. Und gleichzeitig auf dieser Diagonale mit Dame und Läufer bedrohe ich den Bauern. Also zwei Drohungen auf einmal, Doppelangriff und beide Drohungen kann Weiß nicht parieren. Das ist die wichtige Drohung mit Springer B3, also zog mein Gegner Turm D1, um die Qualität zu retten. Und jetzt kann ich den Bauern zurückgewinnen und Weiß bleibt nach wie vor mit dem Doppelbauern. Die Struktur ist noch schlechter geworden für Weiß. Also hier steht jetzt Schwarz sehr, sehr gut. Mein Gegner spielte B4, um immerhin zu erzwingen, dass ich die Läufer abtausche. Aber da hatte ich eigentlich nichts gegen. Läuf schlägt G2, König schlägt G2 und ich zähle den Springer nach E6. Dort steht der Springer natürlich wunderbar, unterstützt auch mögliches Turm D8. Dame E3, die Dame hält den Bauern gedeckt. Und jetzt spielte ich Dame C7, sieht für mich sehr logisch aus. Tatsächlich hätte ich hier oder auch im nächsten Zug wohl besser Dame C4 spielen sollen. Ich hatte das verworfen, weil ich nicht erlauben wollte, dass Weiß aktiv wird mit Turm D7. Aber hier wäre jetzt ein guter Moment, um mit Turm D8 die Türme abzutauschen. Weiß kann sich nicht erlauben, auf B7 zu schlagen, weil dann der Turm mit verheerender Wirkung eindringt in die weiße Stellung. Und wenn Weiß die Türme tauscht, dann ist dieses Endspiel vermutlich gewonnen für Schwarz aufgrund der Schwächen und der sehr aktiven Dame jetzt auch, die Weiß auch gar nicht gut vertreiben kann. Zum Beispiel Dame D4 würde Dame E2 Schach erlauben. Insofern, das wäre eine sehr starke Fortsetzung gewesen, hier die Dame über C4 zu aktivieren. Ich spielte stattdessen Dame C7 mit der simplen Idee, den Turm nach C8 zu bringen. Turm D5, Turm C8. Wie gesagt, auch hier wäre wohl Dame C4 besser gewesen. Turm C8 und Springer D4. Und ich bin jetzt in dieses Endspiel gegangen nach Dame C3, wonach ein Turmenspiel aufs Brett kommt mit einem Bauernmeer. Und ich habe es so eingeschätzt, dass es mir recht gute Gewinnchancen gibt. Und ich denke, so ist es auch. Ich hätte hier dem auch ausweichen können, eventuell mit Springer G5. Wobei, vielleicht kann Weiß mit Springer F3 weiter meinen Springer verfolgen. Und ich kann nicht so richtig einem Turmenspieler aus dem Weg gehen, wenn ich auf Gewinnspielen will. Wie die muss sein, schauen wir uns das Turmenspiel an. Dame schlägt C3, Dame schlägt C3, Turm schlägt C3. Springer schlägt E6, F schlägt E6. Turm D8 Schach. Der König muss nach H7, denn nach König F7 laufe ich hier in die Schachgeburt rein. Also König H7. Turm D7. Turm C4. Turm schlägt B7. Turm schlägt E4. Turm B6. Turm schlägt E5. Das war jetzt mehr oder weniger alles so forciert. Und wir sind in dieser Stellung gelandet, in der ich einen Bauern mehr habe. Die Stellung ist wohl zu halten, aber alles andere als leicht für Weiß. König G6. Ich bringe den König ran. König F3. König F6. Decke erstmal diesen Bauern, damit mein Turm wieder frei ist. Und mein Gegner spielt Turm B6. Das ist hier eine sehr interessante Idee. Das war so ein bisschen die Frage, ob der Turm hinter den Bauern geht. Das gibt der Computer auch an, dass man ihn vielleicht hierhin stellt. Ist vielleicht auch oder vermutlich auch zu halten für Weiß. Aber Turm B6, um mit dem Turm den Bauern so zu unterstützen und von hinten das Gegenspiel zu suchen, ist auch sehr logisch. Ich spiele jetzt H5. Hier ziehe ich langsam die Bauern nach vorne und verhindere quasi das Weiß jemals G4-Spiel, weil dann könnte ich immer vorbeiziehen. Das wäre in der Regel nicht gut für Weiß. Turm B8. Das ergibt Sinn. Und jetzt Turm nach E1. Ich bringe meinen Turm hinter den Bauern. B5. Turm B1. B6. So, und dieses Turm-Spiel ist sehr, sehr komplizierend. Ich habe es auch noch nicht ganz durchdrungen und kann jetzt hier auch keine vollständige Analyse abgeben. Ich kann so viel sagen, mein Zug König G5 war jetzt ein Fehler. Und über diesen Zug habe ich mich wirklich im Nachhinein ein bisschen geärgert. Auch während der Partie, weil ich mit dem Zug König F5 meinem Gegner viel mehr Möglichkeiten hätte nehmen können. Damit kontrolliere ich dieses Feld E4. Übrigens nur kurz zur Info. Hier B6 war, denke ich, ein Fehler, weiß heute stattdessen König E4 spielen. Aber wie gesagt, man könnte dieses Turm-Spiel, glaube ich, lange analysieren. Und es gibt sehr viele Feinheiten hier und sehr schwierig zu spielen für einen Menschen. Jedenfalls in dieser Stelle noch nach B6 wäre König E5 deutlich besser gewesen. Weil selbst das, was wir in der Partie sehen werden, wäre gar nicht erst möglich gewesen. Insofern habe ich mich darüber ein bisschen geärgert. Aber nun gut. König G5. Hier hat Weiß noch eine Möglichkeit, die Störung zu halten. Mein Gegner spielt B7. Danach ist die Störung definitiv verloren. Turm B7 wäre der richtige Weg gewesen. Greift den Bauern an. G6. Und jetzt König E4. Und Weiß sucht die Aktivität. Aber es ist also extrem schwierig. Alles Turm B3. Gewinnt dann den Bauern auf G3. Und jetzt kann Weiß den Turm aktivieren über A5. Und schafft es irgendwie, genügend Gegenspiel zu bekommen, um das Remi zu halten. Wie gesagt, für einen Menschen sind diese Varianten alles andere als leicht zu finden. Mein Gegner nutzte auch seine gesamte Bedenkzeit, aber konnte den Weg nicht finden. Spiel den Zug B7. Jetzt Turm B3 Schach. Wenn der König hier passiv geht, König G2, dann kommt einfach König G4. Und Weiß hat hier nicht das Gegenspiel. Falls Turm G8, dann schlage ich den Bauern und decke diesen Bauern auf G7. Das bringt nichts. Und falls Turm E8, dann gebe ich zuerst ein Schach. Zwinge den König auf die Grundreihe. Schlage jetzt den Bauern. Turm schlägt E6 und schlage diesen Bauern. Und mit den beiden verbundenen Freibauern hier am Damenflügel ist der Sieg recht leicht. Also das ist alles chancenlos, also probierte mein Gegner in dieser Stellung nach dem Schachgebot, Turm B3, König E4 damit irgendwie noch was zu erreichen. So, pardon, der Bau steht hier auf B7. König G4, ich ziehe natürlich nach vorne, König E5 und König schlägt G3. Wichtig ist natürlich, dass der König hier geschützt ist von dem eigenen Bauern, sodass der Turm nicht mit Schachgebot irgendwie von B8 wegziehen kann. Und jetzt König D6, der König soll dabei unterstützen, also den Bauern decken und so den Turm befreien. H4, König C6. Und jetzt ist wichtig, dass ich nicht H3 spiele, weil dann könnte Weiß Turm G8 spielen und ich würde meinen G-Bauern verlieren. Und es sollte Remier enden. Insofern bringe ich jetzt auch diesen Bauern nach vorne. G5, Turm G8 und G4. Jetzt holt sich Weiß eine Dame, die natürlich sofort wieder vom Brett verschwindet, denn ich gebe meinen Turm. Und ich bin mit meinen Bauern weit genug vorne, dass Weiß es jetzt nicht rechtzeitig schafft, mit dem König zurückzukehren und alle Bauern zu eliminieren. H3, König D6, H2, Turm H8, König G2, König E5. Jetzt, und das hatte ich schon alles vorher berechnet, muss man noch Vorsicht weiten lassen. Hier eine Dame zu holen, wäre verfrüht, denn Weiß schlägt. Spielt König F4, gewinnt zuerst diesen Bauern, denn diesen Powern und es wäre Remi. Aber, das muss ich nicht machen und spiele stattdessen erstmal G3. So, jetzt droht natürlich wieder die Umwandlung, also muss König F4 folgen, damit Weiß an den Bauern klebt. Und ohne diesen Bauern werde ich Stellung Remi. Aber ich habe diesen Bauern, der macht jetzt den ganzen Unterschied. E5 Schach, das soll den König ablenken. Also wenn Weiß schlägt, dann kommt wieder die Umwandlung. Turm schlägt, König schlägt und dieser Bauer wird zur Dame und Schwarz gewinnt. Und insofern kann also Weiß nicht den Bauern schlagen, sondern spielt König G4. Und jetzt kann ich nach wie vor nicht umwandeln, das ist genauso wie eben, aber ich kann König F2 spielen hier oder ich hätte auch E4 spielen können, aber König F2 schlägt mir noch simpler, denn Weiß kann nichts machen. Weiß kann keinen Schach geben beispielsweise, ich würde einfach nach E3 ziehen. Hier droht die Umwandlung, der andere Bauer kommt auch noch nach. Und der Turm muss also auf dieser H-Linie bleiben. Mein Gegner spielt Turm A3, aber jetzt E4. Und Weiß kann einfach nichts machen gegen diesen simplen Plan, dass der E-Bauer nach vorne läuft. Und hier gab mein Gegner auf. Ich denke insgesamt eine ziemlich gute Partie von mir, natürlich mit kleineren Holprigkeiten, aber ich glaube vom Gesamtbild hat das alles ganz gut gepasst. Mich hat besonders gefreut dieser Gegenstoß im Zentrum. D5, das ist der Zug, den man gerne spielen wollte. Und ich habe es geschafft, das unter guten Umständen zu machen. Und dass ich dann dieses Manöver mit Namen C8, das hat mir auch noch sehr gut gefallen. Und so konnte ich hier gegen einen sehr starken Gegner mit Schwarz gewinnen, worüber ich natürlich sehr froh bin. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.